oha kranker wagen wie findest du es bisher? ja ist okay die eine Eisbuffel ist einfach aber seine Videos sind alle so ein bisschen komisch Elisabeth also das heißt komisch die sind ein bisschen anders Samo deine Meinung Video Video würde ich sagen 7 weil das ist zwar so cringe und so aber ich feier das wenn das so komisch ist weißt du das Video ist so ich feier das weil das macht so worauf der Bock hat irgendwie ja das ist nice 7 Text so 6 würde ich sagen also Text ist cool kann man sich mit identifizieren so aber muss man halt in der Stimmung für sowas sein so auf Autofahrt kann man sich das bestimmt wenn man es paar mal hört so wenn man den Text kann und so ich glaube dann fühlt man das so richtig ist ja ähm ich würde dem Video so ne 6 geben ja dem Text würde ich so ne auch ne 6 geben ja allgemein 6 aber man kann sich das denke ich so anhören also es ist nichts krasses so ja und ich bin auch jetzt irgendwie nicht in der Stimmung so Liebeslieder zu hören aber ja allgemein 6 allgemein 9 allgemein 9 allgemein 9 allgemein 8 allgemein 9